Freund Day! Ey, wir sind jetzt hier am X-Term in schönen Kroatien. Ich bin hier an meiner Seite mit der Lieben, Nadine. Und wir werden hier mal abchecken und gucken, wie die Jungs so drauf sind und was für Anmachsprüche sie sagen. Und deshalb sage ich mal, lass mal los, oder? Ja, let's go! Ja, Mann! Bitte, bitte, schieb mir einen Anmachspruch. Okay, ähm, warte. Hey, da nun das Eis zwischen uns gebrannt ist, wollte ich mir vorstellen. Ich bin am Ende. Mit ihm? Freut mich. Hallo, ey! Ich habe dich gerade mit einem Finger zum Kommen gebracht, das ist gerade mit zwei. Deine Haut sieht schwer aus, aber ich kann sie dir halten. Oh! Ach! Bitte, meine Anmachsprüche. Ich habe noch 7 Jahre. Ist die süßeste Praline der Welt, darf ich deine Füllung sein. Hast du schon die erste Corona-Impfung gekriegt? Ja. Sonst möchte ich das Werk erschließen. Hallo! Sie haben mein Bett geschließen, darf ich in deinem schlafen? Scheiße! Kennst du auch, wie du die Meinung hast? Nein. Ich weiß, was sie und ich gemeinsam haben. Ja. Wir bestellen sie beide aus 50% aus Schwänze. Glaubst du an Liebe an den ersten Blick, oder soll ich nochmal vorbeigehen? Ich stehe nicht so auf Hochzeiten, aber scheiden schon. Hey, mein Pferdli ist mir nicht eingegangen. Der ist heute Nacht auf die reiten. Hey, hast du eine Halofolie mit? Nein. Ich würde dich gerne einpacken und nicht nach Hause nehmen. Bist du Gärtnerin? Nein. Weil du bringst meine Gurke wirklich zum Maxen. Hey, du steigst. Geh mal duschen. Was ist der Unterschied zwischen einem Ferrari und einem Ständer? Ich hab kein Ferrari. Hast du was verloren? Nein. Deine Krone? Weil du bist Königin. Also, bist du eine kleine Zehe? Ähm, nein. Weil ich will dich gegen jedes Möbelstück beingehen. Oh, shit! Ja. Nimm mich Meisterpropa, denn ich will dein Becken schroben. Kannst du schwimmen? Nein. Ich würde dich gerne ins Becken stoßen. Hätte ich jetzt ja auch sagen sollen. Gedenkt. Ich möchte wieder Herd sein. Du steigst in die Träne und spielst auf. Madame. Mademoiselle. Ich trau mich wenden. Ich kann dein Bauch noch mehr berühren. Warum? Von innen natürlich. Yeah!